Das ist jetzt der Landratssaal. Hier wird an einem heftig debattiert. Und das sind die 64 heissbegierten Sitz. Kommen wir zu den letzten drei Kandidaten, die wir euch vorstellen wollen. In Altdorf tritt auch die FDP mit einer Jungpolitikerin an, nämlich mit Nicole Katri. Aber auch in Schattdorf kandidieren zwei junge Köpfe. Der Präsident der jungen CVP Uri, der Flavio Giesler und der Alex Inderkum von der JUSO. Mein Name ist Nicole Katri, ich bin 28 Jahre alt und komme aus Altdorf. Ich arbeite seit vier Jahren in der Nähe von Luzern als Maschinenbauingenieurin. Zur Zeit mache ich noch nebenberufliche Weiterbildung in einem Masterstudielehrgang. Das ist eigentlich eines meiner grössten Freizeitaktivitäten, die ich im Moment mache. Zusätzlich gehören die Tanz zu einem meiner grössten Hobbys. Ich kann sehr lange aktiv als Jugend- und Sportleiterin, Gymnastik und Tanzunterricht, weil mir das extrem viel Spass gemacht hat, auch mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich bin bei der FDP Altdorf im Vorstand, so wie bei der Jungfriesinnigen Uri. Ich bin politisch aktiv, weil ich finde, dass ich mich für meine Anliegen, aber auch für die Erteilungen von anderen einsetzen will. Ich bin in der FDP beziehungsweise der Jungfriesinnigen, weil das für mich die meisten Überschneidungspunkte geht mit meinen Interessen, die ich als wichtig empfinde mit den ganzen Kernaussagen. Ich möchte mich im Landrat dafür einsetzen, für Pendler, da ich selber auch Pendlerin bin, dass man eine optimale Erschliessung von Kanton Uri, sei es über Bahn oder Strasse, erreichbar ist. Vor allem, wenn man sieht, was für Sognierungen in den nächsten paar Jahren werden dastehen und dass man dort sicher ein relativ grosses Problem mit den Anbindungen von Kanton Uri an die restliche Schweiz haben. Etwas Positives von Kanton Uri ist unsere Bildung. Wir haben eine sehr gute Bildung, wir haben eine sehr gute Mittelschule, wir haben eine sehr gute Berufsschule. Durch das haben wir auch recht gut ausgebildete Leute. Das Problem ist, dass wir im Kanton Uri für hochqualifizierte Arbeitskräfte viel zu wenig Arbeitsplätze haben und die Leute alldrucksmanke arbeiten müssen. Durch das verlehnt sie vielfach auch den Kanton nachher, dass sie nicht mehr da wohnen. Ich denke, wir sollten den Kanton Uri viel stärker als Wohnkanton positionieren und fördern, so dass die Leute wieder hier zurück in den Kanton Uri kommen und wohnen und dafür daraus arbeiten. Für Altdorf finde ich es wichtig, dass man in Zukunft den Durchgangsverkehr versucht, zu verlagern, dass nicht mehr alles durchs Zentrum geht. Und dadurch, dass man ein attraktiveres Freizeit- und Kulturzentrum fördern könnte, damit es einfach attraktiver wird als den ganzen Altdorfer Kern. Für die Jungen würde ich mich im Landrat einsetzen, dass wir ihnen bessere Rahmenbedingungen, Voraussetzungen dort schaffen, damit sie sich selber verwirklichen können, beziehungsweise damit ihnen viel mehr Möglichkeiten gibt, damit sie sich in ihrer Freizeit umsetzen können. Wenn sie finden, dass man den Kanton Uri viel stärker als Wohnkanton in der Zukunft positionieren und dass man zu unserer wichtigsten guten Bildung und vom Wissen Rechnung tragen soll, dann wählen sie doch mich, Nicole Katteri, am 11. März in Landrat. Mein Name ist Flavio Gisler, ich bin 23, komme von Schattdorf und in der Freizeit, da ich mich in die Jungmacht engagiere, bin dort Leiter, gehe jedes Jahr I- und S-Kurse leiten. Ich mache auch noch Musik, spiele bei mir auch vom Postsack mit, Ländler-Musik und bei den Krebers eine andere Stilrichtung. Und ich habe die Ausbildung zum Jurist gemacht, also Jus studiert. Das bin ich jetzt aber fertig und fahre jetzt das Anwaltspraktikum hier im Kanton Uria. Meine Partie ist CVP, respektive ich bin mit der Jung-CVP Präsident. Ich bin politisch aktiv, weil ich will etwas bewegen. Ich finde, in der Politik ist gerade leider die Chance gross, dass es diese falschen Leidertricker kommen. Und darum finde ich, sollte man selber etwas machen, weil einfach reklamieren bringt ja nichts. Warum ich in der CVP bin, das ist eigentlich so entstanden, dass ich einfach denke, ich will mich engagieren. Und da habe ich mal rumgelacht und habe das Gefühl, auch bei der CVP kann man am meisten seine eigene Meinung noch behalten. Es wird unvorrug genommen diskutiert. Meistens sind nicht alle der gleichen Meinung. Das finde ich eigentlich noch gut innerhalb einer Partie. Ich würde mich, falls es klappen wird im Landrat, würde ich mich gerne für verschiedenste Sachen insetzen. Zum Beispiel, wenn ich das schon gemacht habe, gegen die zwei Driehre. Ich denke, das ist ein Thema, das kommt leider alle paar Jahre wieder. Auch wenn es immer wieder abgelehnt wird. Ich sehe ja, in der nächsten Zeit muss das Wahlsystem geändert werden. Also das ist zwingend, weil sonst die nächsten Wahlen annulliert werden. Und da würde ich sehr gerne auch mitgestalten. Da habe ich meine Masterarbeit drüber geschrieben am Studium. Ja, Schwächen vom Kanton Uri, denke ich, eigentlich gar nicht so viel. Aber es gibt ein paar Sachen. Ich möchte da zum Beispiel sagen, also mit dem Tourismus hat man bis jetzt nicht möglichst rausgeholt. Und wir haben so einen schönen Kanton, da wäre mehr rauszuholen. Ich hoffe wirklich, dass das klappt, Sandermatt. Und die Stärken sehe ich natürlich hier in einem Wohnkanton. Man hat ein schönes ländliches Gebiet. Wenig Kriminalität. Und man ist auch sehr gut abgebunden an den Rest der Schweiz. Also ich denke, gerade mit dem Talbus hätte man da etwas sehr gut zu können schaffen, dass man da schnell zu Luzern ist. Für was ich mich einsetze, speziell für die Gemeinde Schattdorf, würde ich sagen, das wäre eben, dass seit der neuen Pflegefinanzierung die Gemeinde Schattdorf leider ein bisschen stark. Also nicht ein Problem mit dem Geld, aber sehr viel Geld muss es uns geben. Es sollte man schauen, dass man ein bisschen Gemeinden entlasten kann. Gerade Schattdorf hat da ein paar Projekte, wo man unbedingt machen muss. Ich denke da vor allem an die Schwellhäuser, an die Schwimmbad, wo unbedingt mensaniert werden oder an ein Dorf können, wo man gerne etwas machen würde. Und mein Einsatz, den ich für die Jungen machen würde, ist, ich würde eigentlich schauen, dass es vor allem für die Vereine, die Jungen engagieren. Ich denke, das ist vor allem das Wichtigste in einer Gesellschaft. Also ich denke da an Sportvereine, aber auch an Jugendvereine, die sich da mehrmals in der Woche für die Jungen engagieren. Ich denke, das ist das Beste, um den Jungen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten. Wenn sie eine Politik wollen, die weder rechts noch links ist, wo sie aber trotzdem immer wissen, woran sie sind, weil ich meine Meinung immer klar sage, dann wählen sie doch mich, Flavio Giesler, und dann haben sie mich zweimal auf die Liste. Also ich bin Alex Indekum, Jahrgang 1983, bin in Schattdorf geboren und arbeite in Schattdorf. Und so meine größten Hobbys sind eigentlich lesen, kochen und ich gehe gerne ins Fitness. Beruflich habe ich zuerst eine Lehre gemacht als Chemie-Liberand und nachher habe ich gerade mit 18 in die Heilpraktikenschule angefangen. Politisch bin ich Mitglied der SP, in der Geschäftsleitung bin ich Mitglied der SP URI, bin Präsident der Ortsgruppe Schattdorf, auch in der SP, und einfach Mitglied der JUSO. Politik interessiert mich, weil mir vor allem ein gerechtes Zusammenleben zwischen uns und allen Menschen sehr wichtig ist, weil ich bin überzeugen davon, wenn man gemeinsam zusammenhält, ist man stärker und kann eigentlich vieles bewirken, Gutes für alle. Warum SP und die JUSO? Kann man eigentlich an die erste Frage wieder ein bisschen anknöpfen, das Soziale, Faire, Gleichberechtigung. Und ich will, dass das so auf der sozialen linken Schiene weitergeht, nicht, dass man da immer mehr Abbau erkennt, weniger Einfallleistungen, weniger Krankenkassen etc. Meine drei Hauptthemen, grob zusammengefasst, ist Umweltschutz, Gesundheitspolitik und Gleichberechtigung. Umweltschutz und URI sehe ich vor allem Handlungsbedarf, dass man die Wasserkraft weiter fördert und stärkt will, denn mangelte es bei uns sicher nicht. In der Gesundheitspolitik interessiert mich vor allem eine zahlbare Grundversorgung für alle. Und in der Gleichberechtigung, da muss auch noch einiges gehen, ob jetzt das Oberland, Unterland ist, Mann, Frau, Jüngere, Ältere. Ein Nachteil vom Kanton URI, ja, es gibt natürlich mehrere Sachen, was mich immer so ein bisschen stört, ist, der Kanton URI wird so ein bisschen als Hinterwäldnerisch abgelacht, vor allem, wenn man so ein bisschen nicht im Kanton URI ist. Also ich glaube, da könnte der Kanton URI schon noch ein bisschen etwas dazu beitragen, dass das Urner-Image verbessert wird. Die Arbeitsplatzvielfalt ist natürlich auch nicht so ideal im Urner-Land, weil je nach Beruf und Job findet man halt da einfach keine Anstellungsmöglichkeit, wenn man das jetzt so vergleicht mit einer Stadt. Aber das ist ja schon einfach so bedingt. Das Vorteil, oder die Ressourcen vom Kanton URI gesehen, ist eigentlich wirklich vor allem in der Natur, in der Bergwelt. Und was ich auch ganz gut und ganz stark finde im Urner-Land, ist eigentlich so ein bisschen die soziale Vernetzung, so dass man kennt sich persönlich, man weiss, wer wer ist, wenn es einmal nicht so gut geht. Ja, hat man ein Abteil. Wenn ich in Landrat gewählt werde, bin ich sehr bereit, und dankbar die Herausforderung anzunehmen, um mich für Schattdorf und URI einzusetzen, damit die Orte für alle sozialer, fairer und auch gerechter können gemacht werden. Und ja, ich bedanke mich für jede Stimme, die mir eigentlich Ihres Vertrauen schenkt. Und wer das machen will, der kann Liste 4, SB, Grüni, Juso, GBU in Schattdorf auswählen und unverändert ist vagefährlich. Auf diesem Stuhl sitzt amix der höchste Urner, also der Landratspräsident. Momentan ist das der Josef Schoeller von Spierigen. Wer weiss, vielleicht gehört der Platz in ein paar Jahren einer von den 16 Kandidaten, die mir ich vorgestellt haben. Das war es von unserer Wahlsendung. Hoffentlich haben Sie mit unserer Sendung die 16 Kandidaten ein bisschen besser kennenlernen. Bleibt mir nur noch eines zu sagen. Danke vielmals fürs Zuschauen und nicht vergessen. Am 1. März go wahl! Bis zum nächsten Mal.